meine freunde willkommen zurück auf dem opening und wir waren auf den pokémon inseln haben die drei kugeln der drei legendären vögel pokémon gesammelt zurück zu ihrem schreien gebracht und spielen jetzt die ocarina und hoffen lupia hört uns wer diese ansprung nicht verstanden hat möchte sich bitte pokémon der film 2 die mächte des einzelnen einmal angucken großartiger fm panhell rockeiman palim palim reverse und ein hisuja akani wie damit kann man das schon mal gut starten ein hast büro ein an die routine und ein sehr stark der stelle ja wollten ihre die monotägerin und ein erd siegel stein holo eine normale trainer holo karte die nicht eines so normaler trainer ist also noch nicht ein unterstützer oder so ist selten gab es glaube ich nur in diesem set und in den alten rocket sets gab es einige energiekarten als holo und wenn man nicht dass den wasser starter genommen hat den x und y nahm an dem feuer start hat niemand hat der pflanze gespielt einfach wegen diesem schönen pokémon außerdem feuer psycho brutaler boy formato glibunkel ein quad petstein aeropteryx reverse sagt den namen ganz schnell dreimal hintereinander ohne dass euch die zunge abhält und ein garderohr auf dieser schönen blumenwiese sehr nahe so aber bisher vermisse ich noch mal einen weißen vogel castella zankabu metang äh vasilii und ich meine es ist nicht der vogel aber sehr viel royal vista gold da können wir uns nicht beschweren da dürfen wir uns nicht beschweren da nehmen wir so mit und akzeptieren wir ein klick simbolaga ein agro steller gast und akani ein roter ein roter ein geronima wieder ein flattery und noch mal ein ursa luna die kommen 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 kuscheln teddy der muss dafür bleiben der muss dafür bleiben der vermikula die schutzenergie altaria illustraten let's go wusste doch was geht noch was unten fione fione komische blubberblase und jetzt gehts los ttttttt last pack magic mediti panchignon tumor manolit notfalldelee und es endet mit eine Ua fenhir finde ich persönlich sehr passend weil die erste karte die wir in diesem opening gezogen haben Wenn ich mich recht erinnere, war das EFM. Das ist ein lustiger Zufall und wenn euch solche Zufälle gefallen, gerne mit einem Daumen nach oben bewerten und bis zum nächsten Mal wieder reinschalten. Daher sind wir reingerockt.